Hallo, heute möchte ich euch erklären, was ihr beim Argumentieren beachten müsst und wann man eigentlich argumentiert. Wichtige Bestandteile beim Argumentieren sind die Begründung, die These, die Behauptung und das Beispiel, sowie das Evidenzargument, Praxisargument und das Autoritätsargument. Nach dem Film weißt du, wie du eine Argumentation schlüssig und überzeugend darstellen kannst und welche Elemente dazu gehören. Du solltest dich intensivst mit dem Thema auseinandersetzen, zu dem du eine Argumentation verfasst. Wann wird eigentlich argumentiert? Wenn man andere Menschen... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Auf www.sofatutor.com